Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und für wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar würde ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir hier in der Bastion uns von einem NPC kaufen können. Und zwar von der Adjutantin Nikos, das ist die Rüstmeisterin der Aufgestiegenen. Wo befindet sie sich? Sie befindet sich auf den Koordinaten 52, 47. Hier ziemlich mittig im Gebiet, auf einer schwebenden Plattform. Und diese verkauft uns ein Toy und das Toy schimpft sich Aspiranten-Bahre. Und das werden wir uns jetzt mal holen. Neben dem Toy hat sie noch viele andere Sachen, wie Rezepte, wie ein Wappenrock, Pads, Gear-Items und natürlich auch ein Mount, das ich euch aber auch schon in einem Mount-Video gezeigt habe. Wir wollen uns jetzt einmal um das Toy kümmern. Und zwar, was macht das? Setzt eine Barre ein, um Verwundete, Verbündete bequem zu tragen. Dazu habe ich nämlich meinen Zweit-Account schon mal hier herangecarried, um dementsprechend das auszuprobieren. Wo haben wir die Aspiranten-Bahre? Die setzen wir jetzt hier einmal ein. Da ist sie. Und jetzt schaue ich mal, ob da mein Monk, der kann sich da drauflegen. Und jetzt kann ich die aber irgendwie nicht transportieren. Also die liegt da einfach, ich kann da leider nicht mit interagieren. Der Zweit-Account-Char, der kann da auch leider nichts machen. Also leider kann man die Barre nicht bewegen. Sie liegt einfach nur am Boden. Man kann sich quasi drauflegen und das war es tatsächlich. Ich dachte jetzt, das ist ein bisschen was anderes, aber sieht auch ganz schick aus, wenn man irgendwo ein bisschen RP machen will. Für den einen oder anderen RPler vielleicht was Barre hinlegen und sich dann einmal draufschmeißen. Viel mehr kann man anscheinend nicht machen. Wenn ihr irgendwas rausgefunden habt mittels der Barre, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Und ja, das war es eigentlich schon wieder mit dem kleinen Toy-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen, seine Sammlung zu vergrößern. Und damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.